hallo und herzlich willkommen leute zu einem neuen video von mir und zwar gibt es heute die chain gun china knaller kette von weko diese kette gab schon mal auf meinem kanal das war glaube ich fast mein erstes video aber halt ohne vorstellung und irgendwie nur mit dem handy gefilmt nm haben wir 24 gramm ist ein pyro cracker 32 stück und ja dann wünsche ich jetzt mal viel spaß bei der zündung so